Jo Leute, und willkommen zurück bei der Runde Desi, zusammen mit dem Kevin. Und wir sind gerade immer noch in Elektro, relativ wenig ausgerüstet. Aber wir hatten ja, muss man sagen, durch unsere Querfeldeintouren, wirklich eine lange Zeit, in der wir am Leben waren. Oh ja, oh ja. So, ist hier noch irgendwas, was du essensmäßig irgendwie... Ja, direkt nach Essen kann man nicht suchen, man kann irgendwie nur noch Supplies suchen, und die sind halt irgendwie in fast jedem Haus. Achso, jetzt sind wir zusammen. Wieder, danke. Zack. Hinterrücks erledigt. Dann gehe ich mal in das Haus hier rein. Alter, mach das, Tua auch. Ah, das ist alles immer extrem selten, also vor allem in solchen Hubsa, in solchen Häusern. Willst du was besuchen? Ich bin schon ganz toll. Halt die Fresse, halt die Klappe. Ah, das ist so eine, so eine bodenbackende Tussi. Oh, die sind ätzend. Freck. Hier ist schon wieder mal eine Hose. Ja, guck mal, die kann mich durch den Boden schlagen. Komm aus dem Haus raus. Wie lächerlich ist das denn? Ich schlag meistens in irgendeine Pflanze oder so. Ist die ja löscht, oder? Nee, guck mal, die nimmt einfach keinen Schaden. Doch, jetzt. Mann. Ist das denn? Ja, glaube ich, ist das denn. Ich bin ja gar nicht. Ich bin ja gerade down gegangen. Ich bin ja wieder am Bluten. Und ich meine, das ist in meinem Zustand irgendwie ziemlich kritisch. Das ist ein Nächsterhaus. Hast du noch was zum Verbinden? Ja, ich hatte noch was. Mensch, nee. Wo bist du jetzt? Bist du noch in dem Haus? Ja, ich bin jetzt in diesem großen grünen Haus. Das Versuch ist zumindest, dass ich die Tür sich nicht öffnen muss. Okay. Ach, in dem. Okay, dann gehe ich mal in diese Baracke da links nebenan. Aber in den Häusern hier spawnt eigentlich nie was. Ich habe hier wirklich noch nie irgendetwas gefunden. Vitamine. Ich habe Vitamine gefunden. Nice. Hier kann man nicht raus. Warum kann man hier nicht raus? Ja, in diesem Holzhölzern da, ich weiß nicht wie das. Ja. Das stimmt. Ich bin auch schon aufgefallen, die sind irgendwie nur Beko und da ist ein Zombie. Nee, das bist du da. Hallo. Das kann ich. Nee, du hast dich ganz kurz bewegt, wie ein Zombie. Ich glaube, ich muss echt mal ein bisschen noch bei dir bleiben, bevor ich hier immer noch eins überkriege von den komischen Tüchern. Oben ist... Ich glaube, irgendein Viech hat Widerwitterung aufgenommen und es verfolgt mich. Hallo, Zombie, hallo. Gut. Gut, okay, der ist also durch die Wand gebackt zu dir. Nee, sind wir da draußen? Ja, der sieht immer aus, ob du mir gleich hinüberschlagen würdest. Ja, sorry. Nicht beabsichtigt. Ja, ich glaube, wir laufen sowieso raus. Ähm, da waren wir schon... Ja, dann lass uns mal richtig in Ciano gehen, da kommt noch eine Tankstelle für... Ja. Tankstelle, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir lang sind. Ich gehe, wir müssen hier lang. Ich hätte noch einen Kompass dabei, würde man da. Gerade die Krippen. Wir müssen nach... Wir müssen nach... Jo, pass nach Westen. Jo. Und, ähm... Black, du hast dich doch ein bisschen darüber informiert, welche Änderungen im Laufe dieses Jahres noch kommen. Ja, 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 ein bisschen. Also, es wird aufs Welt dann noch ein bisschen anders. Hinter dir. Also, Schnellfall wird es geben. Und da sind Sonnenblut. Der Loot von Essen wird verringert. Ja. Allerdings kannst du dafür dann auch im späteren Verlauf Sachen anbauen. Also, Äpfel... Weiß ich nicht, was man da anbauen kann. Jedenfalls wird man anbauen. Dann wird ein Jagdsystem eingefügt. Also, mit Tieren und so ein Kram. Ja. Ich glaube, das wird dann auch nicht mehr so schlimm sein, wenn weniger Essen gibt, wenn man den ganzen Kram machen kann. Was gibt's noch? Na, dann gibt's natürlich Fahrräder, Autos, Helikopter und Flugzeuge werden hinzugefügt. Wunderbar, ja. Und was noch, was noch? Wir haben ab und zu mal noch ein neues Dorf. Das ist natürlich eine klasse Sache, ja. Und wenn die falsch laufen, müsst ihr schreien. Nee, nee, passt schon. Ähm. Sind da irgendwo... Nee, warte mal, wir müssen... Nee, 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 wir sind jetzt schon falsch. Wir müssen nach hinten. Noch hier, wa? Wir laufen ja gerade runter ins Industriegebiet. Wir müssen wieder Richtung Schienen. Nächsten Updates wird zum Beispiel Pfeil und Bogen und Armbrust gehen. Ja, okay, das ist wirklich eine klasse Änderung. Da bin ich aber gespannt, wie viel Schaden die macht. Also... Ja. Wenn die ganzen Nahkampfwaffen kannst du ja eigentlich eine Tonne klopfen bis auf die Axt. Okay, jetzt müssen wir hier gleich nochmal rechts rüber. Ja, hier sieht so industriemäßig aus. Hier gibt es auch nichts. Äh, nö, nur Kleinkram an Equipment. Somit weiß ich nicht, ob es sich das wirklich lohnt, hier zu groß zu gucken. Ich meine, er hat natürlich irgendwo immer die Versuchung, sich... Ja, ja, klar. Ja, hier rein. Überall umzuschauen, aber das ist einfach zur Zeit aufwendig. Da hat man dann... ...über die großen Lootplätze, die man jetzt schon schaut. Ja, klar. Ich glaube, jetzt müssen wir hier nach rechts noch irgendwo... Ja. Jetzt sind wir wieder auf den normalen Schienenrichtern, Tscherno. Ja. Das Haus möchte ich jetzt nur noch angucken. Äh, machen wir jetzt Hausbesichtigung. Ja, ja. Äh, zum Beispiel. Die war, komm, geh schlafen. Ich geh schlafen. Und hier ist eine Farbstählung, die ist hier nicht so. Was ist das hier? Eine Machete. Wo? Wo? Zur Hölle war die? Hier, hier, hier. Keine Machete, dann... Ich weiß nicht, wie ist die besser als... Ich hab keine Ahnung, wie viel Schaden die macht. Hier ist eine Machete. Ja, Machete-Kills, sag ich dir nur. Oh Gott, das. Ich hab den Film aber noch nicht geguckt. Ich glaub, den muss ich mir mal noch anschauen. Äh. Gucken. Ich hab keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall stylisch aus, so. Ja, nehmt mich. Ja, nehmt mich. Müsste, müsste mal so'n Schaden, wie viel Schaden die macht da drauf anstehen. Sehr praktisch. Gut, wenn wir jetzt weitergehen, geht's auf. Und Tankstelle müsste dann noch kommen, oder? Ja, da hinten. Hast du gleich noch irgendwas Kleines zu essen? Das ist natürlich Kieße. Ich hab gar keine Probleme. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich hab halt immer noch Hunger, wie sonst das aber. Wenn wir Pech haben, äh, ist in Tscherno, übrigens Party und bei dem Kleinkram davor hat der Mensch alles schon, äh, abgelotet. Und natürlich, äh, der natürlich, äh, die Axt. Mhm. Ich glaub, ich pack mal die Axt weg. Das weiß ich nicht. Leila. Ne, ich glaub aber auch nicht, dass da noch was ist. Auch nicht, aber manchmal, vielleicht hat man ja mal Glück. Ja, aber irgendwie, kommt's mir gar nicht so vor, als hätten wir Glück. Gut zu trinken, hab ich genug, aber Essen halt. Essen ist aber auch wirklich generell irgendwie ein Problem. Ja. Aber hier ist schon alles offen. Ja, wir haben Rotten-Arte. Ne, Kölnende. Rotten-Orange. Orange oder was auch immer. Ja, ich glaub, wir müssen dann einfach weiter. Ja. Ich glaub, dass wir noch vielleicht... Nee. Dann müssen wir weiter. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, lauf, lauf, lauf. Die springt immer daneben. Ist ganz gut. So, ähm... Hast du denn noch Hangi? Also, hast du noch einen Hangi bei dir? Leider, auch wenn ich die ganze Dose gegessen hab. Die ganze Dose Boden. Wird blöd. Weil nach Schernow ist ja noch ne Ecke. Ja, ein paar Meter, aber... Ich hoffe, du überlebst das so lange. Krieg ich wahrscheinlich irgendwie hin. Ich hab zwar auch kein... Also, ich hab kein... Kein Hunger-Arbeiten, aber... Halt auch keinen Energies. Ja. Aber mir hält das halt noch ein bisschen, hoffe ich. Das hält ich gut. Ich hab da so viel Müll im Inventor. Ja, richtig. Das müssen wir auch irgendwie beim nächsten Mal mal... ... aussortieren. Ich hab ja schon mal ne Pistole. Ich hab ja schon mal ne Pistole. Ja. Ich guck mal gerade, ob wir... Ich glaub wir gehen wieder am... ... am... ... Wasser vorbei. Wir haben ja diese komische Bucht da. Was ist denn das da hinten? Das seh ich denn da? Ne. Oder ist das ein... Ist das irgendwas? Ne, das ist ein Bahnübergang. Wie so ein Bahnübergang. Das sieht aus der Ferne immer so komisch aus. Allgemein ist die... Ist hier ein bisschen dunkler, weil hier... ... nicht reiner Sonne, sondern wolkisch ist. Ja. In dem Wetter. Habe ich... Bei mir ist halt auch alles schwarz-weiß. Na gut, das ist... Das ist extrem... ... bedrückend. Bist du noch hinter mir? Ja. Okay. Ich hab... Äh... Ich hab... Angeblich hab ich so ne schwarze Wolljacke an. Dann ist die gar nicht mehr schwarz. Mhm. Ja, bei mir ist das auch irgendwie grau, aber es ist auch braun. Da hinten war ja wieder ein Leuchtturm, aber da ist... ... es war ja nie irgendwie was Besonderes, oder? Ja. Ich hab keine Ahnung. Mhm. ... in der Tasche fallen könnten, Alter. Das wär was. Oh je. Ich sag's nicht zu laut. Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass das auch noch kommt. Oder so. Ja, ich mir irgendwie jetzt auch. Oh Gott. Da hast du was gesagt. Im Leuchtturm mal gucken, oder? Ja, können wir mal schnell reingucken. Ziemlich mickrig. Ich könnte eher... ... irgendwo für den Leuchtturm... ... oder betreiben. Ja. Ah, ist schon offen. Da kann man hoch, ja. Okay. Ich geh dann auch nicht... ... ich geh dann auch nicht rausgucken. ... ... Ich guck mir grad so selber den Hals rein, das ist ja lecker. Ja. Ja. Schön, ne? Wenn man die Leiter runter geht, ne? Ja. Und du chillst dich hier in den Berg hoch, Jo. Ja, ja. I'm starving. Nein. Weißt du, das hilft, wenn man, äh... ... ich glaub, äh... ... Limonade trinkt? Ne. Hm. Das wär jetzt natürlich richtig doof. Starving? Ja, sorry. Ähm. Mal gucken, ob ich's überlebe. Oh, ja. Na, wenn nicht, mach ich dich wieder zurück auf den Stuhl. Okay. Ja, du hast ja, du hast ja noch... ... hast du den D4 auch weggeworfen? Nein, ich hab den D4 nur. Gut, okay. Power up. Schauen wir mal, ob ich, äh... ... den nächsten Part noch überlebe und sag danke fürs Zusehen. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Tschüss.